Wir haben uns entschieden, dieses Thema Weltschmerz oder diese Überforderung oder Ungewissheit, die die Welt gerade hat, in einem Tanztheater zu bearbeiten. Also wie im Körper diese Gefühle, eine Eko haben und welche Reaktionen entwickeln. Wir haben einen Waschsalon, einen für manche bekannten Ort, für manche nicht. Aber was man da tut, ist für alle klar. Man kommt um seine Sachen zu waschen. Und in diesem sehr konkreten Ort macht sich ein sehr diffuses Gefühl breit. Man begegnet anderen Spuren, die man sonst in diesem Waschsalon nicht begegnet. In dem Stück, nach dem Ende von allen, war das für uns auch wichtig, dass können wir ein bisschen eine Balance finden durch Humor und Absurdität in Bewegung und Begegnungen zwischen Performerinnen und einfach ein Lachen und Lächeln auslösen können. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.